Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Der erwischt mich hier. So, wie war der Hinweis? Ich bin ziemlich sicher, dass der Turm und Springer an derselben Wand und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Turm und Springer nicht an der gleichen Wand. Ne, an derselben Wand. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Okay. Ich nehme erstmal alle raus. Was ist der Springer? Ich pack mal eine Granate eben weg. Okay, jetzt nochmal ganz ruhig von vorne. Ich will ziemlich sicher, dass Turm und Springer in derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Also. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Achso. Da steht da was drinne. Da steht da drinne, dass der Springer hier rein muss. Das sind die einzigen Voraussetzungen. Da muss der Bauer rein. Gut, äh, wer dürfte dir jetzt schon, äh, Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dame und Turm. Also muss hier Turm rein. Ich hab den Turm aber noch nicht. Ich hab, das, das ist kein Turm. Das war, das hier ist der Läufer. Das ist der Läufer. Ich hab das hier unterhalten, Turm und Sprenger, das ist Sprenger, das ist Läufer, also Läufer muss hier auch rauchen, wenn hier der Turm reinkommt und der Dame und der Turm legen sich gegenüber, dann müsste hier die Dame reinkommen und Dame und Turm legen sich gegenüber, Läufer und Dame nicht nebeneinander jetzt passt das aber wieder mit dem Läufer hier nicht da passt irgendwas nicht da bin ich gerade zu grisig, das ganze der muss da rein, der muss da rein ziemlich sicher, wahrscheinlich bist du, hast du dich geirrt Turm und Springer an derselben Wand, das bedeutet neben dem Springer müsste eigentlich der Turm oder noch ein weiter so Läufer und Dame nicht nebeneinander sind müssen die Turm hier, da und da, dann sind die doch wieder nebeneinander, geht vorne und hinten hier auf gerade die Tür nicht einfach abschießen ich bin ja zum schießen ich bin ja zum schießen also Vielen Dank. Ich habe mir jetzt noch der Turm und noch irgendein anderer. Jetzt sind die doch nicht an der gleichen Wand oder bin ich gerade doof? Turm und Springer an derselben Wand. Aber jetzt habe ich ja hier keinen Springer. Hier muss der Turm rein. Und die dürfen sich nicht gegenüber sein. Jetzt muss ich jetzt noch irgendwo einen Turm finden. Ja, woher ist die Turm? 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 Ich bin jetzt auch total out of ammo, ne? Machen, was ich will. Ich bin richtig, so richtig automatisch. Okay, gespeichert, automatisch. Ich bin jetzt hier. Keine Werkstatt. Was? Noch ein Film. Ich habe zwei Filme schon, die ich noch nicht entwickelt habe. Und noch eine Tasche. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh no. Da hinten war ja noch eine Tür. Schwere Tür. Sehr gut, so ein klein bisschen Vorrat sammeln. Kombinieren bitte. 20 Schuss. Muss bei euch. Der ist zugeklebt, der Schrank. Ich bin jetzt... Okay. Ich glaube, ich gehe bevor ich da durchgehe. Gehe ich da drinnen? Kein Raum. Ja, das ist hier nämlich doch sinnlos. Voll gepackt mit Torlands Offen. Ähm. Okay. Die Munition zerstellt. Was kann ich hier mit? Das ist Schießpulver groß. Im Vergleich mit dem normalen Schießpulver. Und zwar davon kommt noch einmal Pistolen-Munition. Ähm. Ich möchte die... Am liebsten würde ich eigentlich die Mech-Munition herstellen. Aber ich glaube davon... Ich glaube das war die richtige Entscheidung. Ich hätte bestimmt öfter gebrauchen. Noch als... Den Schnelltasten mal entfernen. Ähm. Schnellzugriff. Schnellzugriff. Ich möchte ihn nicht vom Schnellzugriff entfernen. Schnelltasten mal entfernen. Schnellt. 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 Ich bin hier schon. Und schau. Dann komm ich da nicht rein. Ne. Hier komm ich nicht. Ach hier bin ich jetzt. Hier bin ich jetzt, aber hier komm ich ja... Ach hier muss ich den... Die Marke reintun Recht jetzt Hätte ich die Marke wiederholen müssen aus dem Polizeirevier Ich brauche mich nochmal ins Polizeirevier Nur um die Scheinlich nicht Das ist ja hier Guck mal Guck mal Ja, war gut, gut, gut Äh Muss ich hier speichern? Wahrscheinlich ist hier jetzt alles voller Licker Waren das dann schon Äh, jetzt muss ich mal kurz gucken Wo war das? Ja Ach so So Und jetzt Äh Zwar Ganz oben glaube ich, ne Nee, Eisetage Bibliothek Starsbüro So Also da lang Da, da lang Wehe, der Dicke kommt hier nochmal Oh ja Oh ja Hier lang Ah ne, hier war die Wäschekammer Warum zockt der so komisch Warum zockt der so komisch? Warum zockt der so komisch? Ja Ich wollte noch mal sehen Ich werde gleich wieder mitnehmen können eigentlich, ne Das Ding Alles nur damit die Pistolen verbessert werden, Dicke Hallo, oh Oh, okay So viele Sachen gleichzeitig zu laden, hier oder was? Oh Ich werde das Ding jetzt auch wieder runterlassen Ne, das kann man natürlich nicht Ski Wo Weitere ach die sind für die groß ist die kniffte jetzt holla ist das ding gewaltig es kommt ja nicht auf die große wo werde ich immer wieder zu hinschneiden Was ist denn da? So. Was ist denn hier? Ne, ich muss da hin oder? Ja, ich muss da hin. Komm, da die rum. Oh. 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 Und wo soll ich den her kriegen? Außer den Köpfe мои Gründen wie ich das vermutet hatte aber dann kriege ich ja nicht abgepflückt. So, nach allem Riesenwürste den Turm jetzt da rein. Das reicht aber nicht. Oder vertröme ich mich über irgendwas? Das Turm und Springer an derselben sind, das stimmt. Und dass der Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame sind nicht nebeneinander, weil der Läufer da steckt. Und Dame und Turm legen sich gegenüber. Achso, okay. Das ist Dame. Da ist der Turm in die Mitte. Hier in die Mitte. Und sich aber auch nichts. Weil immer noch irgendwas fehlt. Wie man sich ja mal entwickeln könnte eben ne. Wie man sich ja mal entwickeln könnte eben ne. Und dann ist der Läufer hier nicht. Das eigene Laufentje. Das ist eine Laufentje. Es ist doch eigentlich interessant, dass man von hier aus ins Polizeireviel kommt. Weil wir sind ja ein ganzes, naja, und wir laufen jetzt ein schönes Stück. So, wer ist denn noch da? Im Chat ist mal irgendwas los, oder seid ihr am Schlaftisch und alle? Haben wir den ganzen hin und her gelaufen. Mal gucken, wo ist denn das Fotostudio überhaupt? Dunkelkamera, hier. Erdgeschoss, Büro, umher gelaufen. War da nicht ein Licker? Siehste, Bernie ist noch da. Ich habe das hier nicht verbarrikadiert. Das ist das Archiv. Moment, Archiv. Komm, ich kann mich nicht auch durch das Archiv laufen? Achso, da muss ich... Ich hätte direkt... Ich hätte direkt in der eigenen Zelle. Ich habe mich letztes Mal besiegt. Neuer, war ja klar. Brennst doch. Messer her. War klar, dass er neuer ist. So. Ich werde ein Film ausholen hier. Das ist ein Film aus. Der Steck. DCM Okay, DCM Was wir verstecken können Und die Versteckse Und die Versteckse Damit Hatte ich nicht mit dem Herzschlüssel Auch irgendwie Das Büro vom Schief Ganz oben irgendwo T-Etage Ganz oben war das Privatversammlung Habe ich nicht einen Herzschlüssel Hier noch irgendwo Habe ich noch gar nicht Den Herzschlüssel Wo kriegt man den denn noch Da habe ich nicht mit Herz schon etwas aufgemacht Er war so Da ist ja auch noch so ein Kombinationsschloss Achso, Spind Spind 3F Das ist oben Muss ich Bibliothek Etage höher Oh Okay Ich werde das auch wiederholen. Nein, geht doch hoch. Stimmt doch mit dir nicht. Der erwischt mich hier echt? Fick dich. Der ist schon tot? Habe ich nichts dagegen? Okay, aber unglaublich. Wird aber hier glaube ich, ne? Verdammt, was sollen das noch? Ach, bevor mir das passiert, habe ich da mir einen davon rein. Ähm, die Bilder schauen. Versteck. Ne, halt. Versteckte waren die ja gar nicht. M3F. DCM war das auch mal. DCM. Gibt es hier Feines? Merkmunition, yay! Und das mit dem Verstecken habe ich noch nicht so ganz wo sollen, denn die Verstecke sollen. Versteck. Da steht ein großes Radio drauf und da steht ein ungefeilter, äh, ungefeilter Stifte, Telefon, Bücher. Das mit Radio müsste eigentlich leicht zu erkennen sein. Drei das. Das hat doch nicht so gut. Drei die Geilter, die gerät in die Lage sind. Drei. Drei. Bist. Drei. 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 Hallo? Nein. Fisch mit angefallenen. Da ist noch was zum Zunageln. Die ist ja die Püse vermoedend hier. Ah Püse, ah ne, ok nicht. Siell nicht ange die, oder? Hier ist irgendwie ja. Ja. Maschen ja sind. Ich habe eine sp suspense mit meinem Kopf. Sehen zu. Der ist keine füllen oder Deckung. Ich sehe das protecting, Was ist das? Das ist auch kein Schreibtisch mehr. Warum auch immer hier quasi noch der Durchgang für das Herz ist wahrscheinlich, weil man nachher irgendwie abkürzen muss oder so. Also hier ist überall kein Schreibtisch, der so ähnlich aussah. Ansonsten? Ja, wirklich. Ja, das könnte jetzt halt noch hier was sein. Das Stars Büro wäre noch möglich. Warum sind die eigentlich rot markiert noch? Wird durchsucht, komplett durchsucht. Also da habe ich anscheinend noch zwei Sachen noch nicht gefunden. Hm? Noch mehrere, oder? Oh, diese Baby-Utee. Da habe ich doch wirklich schon alles erkundet. Hier drin. Oh. Dann war das zurück. Hauptsache das Gegenteil. Bei Lacken-Punition. Da muss ja im Stars Büro noch auch irgendwas sein. Der Wäsche-Raum. Ne, die Wäsche-Raum. Ne, die Wäsche-Raum. Holz-Kiste. Okay, ne Holz-Kiste. Visier fürs Lightning-Hawk. Alter, die rüste ich voll durch die Waffe. Na, vollo. Was ist das hier? Cool. Und jetzt ist immer noch nicht alles. Was? Noch eine Blendgranate. Aha. Schade, dass wir hier nicht noch mehr Waffen drin hatten. Jetzt habe ich den einen gefunden. Das eine Versteck. Da gab es ja noch ein anderes. Versteck. So, den habe ich gefunden. Das Radio. Da steht ein Mikro. Und Becher davor. Boah. Das könnte... Das könnte im Pressoraum sein. Könnte. Muss nicht, kann aber. Da komme ich nur zu den Duschen. Da bin ich nur. Da bin ich nur zu.